Also siehst du, auch wenn du das behauptest, all diese Lehren zu glauben, auf dem Papier, ja natürlich, das glaube ich alles, ja, ja. Das nützt alles nichts, wenn du nicht glaubst, dass sechstens Jesus Gott ist. Ja natürlich, ich glaube an eine Rettung aus gnatischem Glauben und ja, ja, das glaube ich alles, auch was ihr glaubt, aber ich glaube einfach nicht, dass Jesus Gott ist. Nur weißt du was, dann wirst du zur Hölle fahren. Denn nur der Jesus der Bibel kann dich retten, nicht ein falscher Jesus. Und die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus Gott ist. Sechstens, wir glauben, dass Jesus Gott ist und dass Jesus Christus vom Heiligen Geist gezeugt, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und wir glauben auch an die Trinität. Wir glauben, dass Gott aus dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist besteht, dass diese drei eins sind. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind drei verschiedene Personen. Diese Lehre ist gemeinhin als Trinität, Dreieinigkeit benannt. Wir lehnen die Lehre des, die Irrlehre des Modalismus oder der sogenannten Oneness ab. Wir glauben hier an die orthodoxe Trinität, an die biblische Trinität. Wir glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Wir glauben, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gott ist, dass der Heilige Geist Gott ist. Und diese drei sind eins. Ein Gott, drei Personen. Schlagt 1. Johannes 4, Vers 14 auf. 1. Johannes 4, Vers 14. In Lukas 1, Vers 34, ich lese vor, da heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Also wie kann das sein, dass sie eben den Sohn Gottes gebären sollte, da sie von keinem Mann wusste? Sie war Jungfrau. Und der Engel antwortete so und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria war Jungfrau, das ist die Bibel eindeutig. Natürlich verdrehen auch das moderne Bibelübersetzungen übrigens. Maria war Jungfrau und wie wurde sie schwanger? Vom Heiligen Geist. Das ist natürlich ein Wunder, das Gott gewirkt hat. Aber ich möchte hauptsächlich hier in Punkt 6 von dem, was wir glauben, darauf eingehen, dass wir an die Trinität glauben. Die Jungfrauengeburt ist offensichtlich, Maria war Jungfrau, Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Natürlich war Jesus Christus immer Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gott. Die Bibel sagt, dass Gott am Fleisch geoffenbart wurde. Die Bibel sagt aber von dem Sohn, dein Thron, oh Gott, wer hat von Ewigkeit zu Ewigkeit des Zepter, dein Reich ist ein Zepter des Rechts. Die Bibel sagt immer wieder, dass Jesus natürlich Gott ist. Entschuldigung. Und dass er von der Jungfrau Maria gezeugt wurde. Aber ich möchte hier besonders auf die Dreieinigkeit eingehen. 1. Johannes 4, Vers 14, da sagt die Bibel, Also der Vater ist natürlich eine andere Person als der Sohn. Der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Aber wir glauben an einen Gott. Denn die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, Denn es sind drei, die Zeugnisse ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Ein Gott, drei verschiedene Personen. Und das wird angegriffen, die Lehre der Trinität. Von Irrlehrern, von falschen Propheten. Die sowas wie Modalismus oder Oneness lehren. Und sagen, im Grunde genommen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist dieselbe Personen sind. Das sind einfach dieselbe Personen. Okay, also der Vater hat sich somit selbst gesandt. Und hat einfach behauptet, der Sohn zu sein. Das ist Lästerung. Das ist widerwärtig. Sie verdrehen Gottes Wort. Und diese Irrlehrer machen sich lustig, im Grunde genommen, über Gottes Wort. Wo die Bibel eindeutig sagt, Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Der Vater ist eine andere Person als der Sohn. Aber wir glauben eben an das, was die Bibel eindeutig lehrt. An einen Gott in drei verschiedenen Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei verschiedene Personen. Und diese drei sind eins. Sie sind ein Gott. Sie sind genauso gleichermaßen Gott. In einem der bekanntesten Versen der Bibel. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Was sagt die Bibel da? Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Also schon am Anfang vom Johannes-Evangelium erfahren wir die eindeutige Lehre der Trinität. Im Anfang war das Wort. Nun, das kann sich nur auf Jesus Christus beziehen. Und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war bei Gott. Also wir sprechen hier von zwei Personen. Wir sprechen hier von dem Vater und von dem Sohn. Und das Wort war Gott. Also Jesus Christus war am Anfang. Er war bei Gott. Er ist eine andere Person als der Vater. Und er war Gott. Also Jesus Christus ist eine andere Person als der Vater. Aber er ist genauso Gott. Jesus Christus ist Gott. Und nur Gott kann uns retten. Ein falscher Jesus, der nicht Gott ist, der einfach nur irgendein Mensch ist, kann ich nicht retten. Es ist nicht so, dass einfach ein anderer Mensch für deine Sünden sterben kann. Nur Jesus Christus konnte für deine Sünden sterben, für deine Sünden bezahlen. Denn er ist Gottes Sohn. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist Gott.